du musst doch voll fertig sein oder nicht ich war nicht aufgestanden, entspannt, habe ich ein Dings gemacht, zwei Sandwiches geluscht ganz entspannt, bisschen wie Uwe nebenbei Abbead fertig gemacht 9 Lass mal mehr Richtung Mitte, oder? Hört sich gut an Abbead fertig gemacht und dann habe ich Uwe gespielt Offizielle Version, oder auf dem wir cracked den Server? Ja, ganz normal, okay Kein Bock mehr auf diese Privatserver, weißt du, dann zockst du dann ein halbes Jahr investierst Zeit und dann spielt der Server da und ist im Arsch und du hast Zeit so für nichts investiert Dann zahle ich da lieber und habe ein ordentlich laufendes Game ohne Bugs und weißt Das stimmt, ist wert, ne? Macht ja nicht umsonst Ja, das macht ja einfach nicht Bock und warum zockst du, damit es Bock macht So, du willst ja nicht entspannen und irgendwie, weißt du? Hier rein? Ja Wollen wir den nicht Wir können Lodi holen gleich, ne? Fliegen wahrscheinlich Lass direkt gleich zum Lodi, wenn wir Geld haben Ja, ich habe Geld Ja, können wir jetzt Komm, lass mal holen und dann gehen wir wieder zurück Dropped schonmal? Für Ghost oder Overkill? Ne, Overkill Beim nächsten können wir Ghost holen, wenn du möchtest Ok Dann shopp mal schnell Sollen wir aufs Haus aus Lau, oder? Na, drop mal ruhig hier Dann könntest du deine Kiste wieder mitnehmen, ich brauche Ok Ja, ich dropp dir jetzt auch mal Ja, ja, passt Ok, nice Haben alles Entschuldigung, wo haben die sich hin verpisst? Komplett am Arsch der Welt Ich glaube, die waren noch am Fliegen Klingt hier langsam, aber die waren am Fliegen wahrscheinlich Lass mal Platten Lass mal Platten hier holen, dann können wir, wenn du willst Hier ist nix Ich hab den Stream hier heute Morgen angeguckt, wo wir gewonnen haben War gut, du hast gut gezopft, man Muss man sagen Lief Bisschen Glück gehabt am Ende, aber gut Gehört dazu, ne? Gehört dazu Bisschen Glück muss er auch haben, sonst gewinnst du nicht Gehört immer dazu Aber mir macht das Spaß mit dem Aufnehmen, weißt du Dann haben wir zusammen so ein paar Gehen da rum Ja, das ist doch das Wichtigste So, was machen wir, Bro? 40 Sekunden noch, warten bis das ausläuft Und dann holen wir hier die Mission Dann bock den jetzt hinterher zu rennen Dann lass mal hier so lange hin, oder? Brauchen Platten Ich glaube, es liegen keine Platten auf dem Boden hier Doch, eine habe ich jetzt Immer noch keine Nice Was, nice Jemand springt ab, aber wo? Da Hä, war der bei mir? Der war auf dem Dach hier Auf der Tanke Danke Der hätte mich bestimmt gekillt Gerne, gerne Ja, wenn du den nicht siehst, dann ist miese Dann hat den Vorteil Können Platten holen Ich hole mal Platten, ja? Ja, hol mal bitte ne Kiste Dann gib mir mal eine oder so Damit ich voll machen kann Voll die Mission solange Ach, hoch mal Hier liegt einer Und hier geb ich dir noch Oh, die gönnt Nice Die können wir holen, oder? Ja Shimon Felix Zocken die gerade? Ja, ja Wie lustig das wäre Dann würde ich erstmal einen Video-Ausschnitt machen Ein Clip Highlight Die sind auf der Straße, ne? Sieht so aus Ah, weiß ich nicht Der ist Felix wohl nicht so weit raus gekommen Der ist Felix wohl nicht so weit raus gekommen Na gut, egal, komm lass da hin Ja komm Was soll's Aber das haben wir schon Also ich hab das Design schon Egal Was soll wir denn sonst machen, weißt du? Keine Keine auf dem Radar Keine auf dem Radar Da kommen wir gerne zum Schock Ja So, ich benutze jetzt dieses andere Programm OBS Live Aber ich hab keine Ahnung wo ich was sehe Da hinten wurde Hier wurde einer gekauft Lass mal zu dem hier rechts Drohnen kaufen und so Wo rechts? Lass die mal holen Ja, bei dem Shop hier meine ich Ja, wurde da einer nicht gekauft oder? Ne, ne, da hinten Achso, ich hätte fast ein Cluster drauf gehauen Ich aktiviere direkt Drohnen und nehme ein Cluster mit Ja Lass mal da hoch, oder? Zu dem Ja, warte, hol dir Self-Revive So, jetzt müssen wir gucken Okay, da ist einer Lass mal hoch zu dem bei Orange Warte, ich starte auch einen oder nehme ich eine mit? Okay Obwohl, scheiß drauf Ne, ich lass das Geld Ne, nimm mal eine mit Nimm ruhig Ja, ich hab eine mitgenommen jetzt Okay Ne, da ist einer vorbeigefahren Da sind zwei bei Orange und Blau, ja Beide auseinander nehmen? Klärchen Ja, dann warte Ah, die kommen uns jetzt entgegen Okay, die sind draußen Hält dich nicht auf dem Hügel Nice Warte mal, warte mal Hügel Wir müssen auch irgendwo hoch Wir müssen auch irgendwo hoch gehen Wir gehen zu den nächsten Häusern Schieß mal nicht, schieß mal nicht Ich geh gerade links rum So Einer K.O. Anderer auch Auto kommt zu dir Hügel 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 Komm, ich komm, ich komm, ich komm Ich komm, ich komm Die sind da hinten Hast du ihn gekillt? Ja Ja Ja, Bro, es war wohl nicht mit der Hupe, ne? Ach, hat der Hupe gemacht? Ja, ja, der so von wegen, weißt du, macht einen auch lustig Ja, ja Nice, gut gemacht Ich hab ne Muni-Kiste zur Not Ja, nimm die mal mit, ich hab äh, Trophy Okay Aber Ja Sollen wir ghost fallen? Hier ist einer Ja Ja Und dann gehen wir da hin Okay, dann könnten wir die da rausnehmen, aber die sind da auf dem Dach, ne? Könnten wir trotzdem rausnehmen Ich hab aber keine Sniper am Start Ja, hier, guck mal Das sieht richtig geil aus, nimm das mal Warte mal Achso, ja Hier So, lass mal Und damit läufst du Ult Nein Ich kann mich selbst wieder reviven, alles gut Hab die beiden Nein Bester Mann Was für Pisas, was haben die erwartet? Junge, hast du gut gemacht, beide geholt, waren die low oder was? Ne, die waren beide voll, aber ich hatte in der MP5, äh, Dings Muni Den ersten hab ich komplett, komplett aus dem Leben geholt Und den zweiten, der hat nicht auf mich geachtet, der hat sich auf dich konzentriert Ja, der wollte mich unbedingt killen, ne? Der Pisa Und dann hab ich den mit der Kilo weggeholt Da oben sind welche, ne? Ja, aber lass mal auf die Scheißen Da, da hinzugehen ist echt eklig Oh, komm Was denn? Ey, Stocking Power, überlege ich Kilo oder MP5? MP5 Kilo, Kilo macht auch so Gutschaden MP5, wenn du die im Haus hast, hast du eigentlich gewonnen mit Stopping Power Rounds Wie gerade bei dem, ich hab ein paar Schuss auf den gemacht, der war direkt weg Digga, lass mal zu orange Zu blau ist, sind wir komplett im offenen Achso Noch ne Dröhnchen oder so? Komm, komm wir am Shop vorbei? Können wir mal machen, wenn wir zum Shop gehen Lass uns mal zum Shop Braucht ein Auto, ne? Wär besser Wär schneller unterwegs Hast du ein Shofy mitgenommen? Jaja Wenn du noch keine Gasi hast Hab ich Aber es gibt keine goldenen Gasis mehr, ne? Ist dir aufgefallen? Was für goldene Gasis? Ja Wie, was sind goldene Gasis? Die haben viel Kennst du nicht? Nö Ich kenn nur die Ne, die haben mehr ausgehalten, die goldenen Gasis Die gab's ne Zeit lang Ich hab noch nie eine gehabt Oh, da oben Komm Kannst du dir Cluster oder sowas holen? Noch dazu? Ja, kann ich Komm, drop Drop, drop, drop Achso, ja warte, hier Ja, hier, komm Oder ich hole noch nie Kann man denn Kann man denn Nein, ich hab schon Okay, let's go Also entweder wir holen den jetzt Oder die hier oben Lass mal die da oben holen Mach du, entscheide, du Ist egal Komm, orange Ne, hier vor uns ist direkt einer Yes Gemacht Wo waren die anderen? Ja, bei orange Ziemlich genau bei orange Lass uns hier links Wir sind Okay, die sind immer noch Da sind wahrscheinlich die beiden von vorhin Willst du die bei blau holen? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Hier ist noch einer Über uns Da oben ist er Jetzt Einer down Okay Erst track drauf Erst track drauf Kommt angesprungen Nice Down Einer ist hier drin Amor broke Gut gemacht Beide tot? Ja, ja Ja, das sind wieder dieselben Nice Hier waren die anderen, hast du gesagt Ich glaube schon Ich glaube schon, ja Haben die irgendwas dabei? Komm Nein, haben sie nicht Auto, Auto Komm zu uns Wir fahren an uns vorbei Vielleicht hier zur Müsst du hier gleich fahren? Oh ne Die fahren weg Was gehört denn das hier? Da unten, da unten Am Shop Komm, 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 komm Ja, ja, ja Da ist ein Sniper Aufpassen Kannst du, hast du ein Klassiker noch? Nein, habe ihn nicht Habe ich doch gerade auf die drauf geknallt Deswegen meinte ich, nicht zu dem Haus da oben Die gucken schon, weißt du? Ja, ja, aber wir haben beide geshield-breaker Ja, der guckt Ja, der guckt Verballer deine Muni nicht Ich meine, ich habe Muni-Kiste, aber trotzdem Nicht unnötig Du hast recht Lass mal zum anderen Shop oder so Lass mal hier wieder hin Sehr gut, schon Sieben Kills, Philipp Jo Jo Du Maschine Ich bin irgendwie ein bisschen konzentrierter heute Oh Ich bin wiped Was? Ich bin ausgelöst Wie das? Ausgelöst Weil wir ausgelöst haben Oh? Wo geht der hin? Ah, zu weit, Alter Nice Zu weit Ah, der verpisst sich komplett woanders Viel zu weit Aber hier wurde eine gekauft Oh, da ist er doch Nice Da ist ein Sniper Nice, Mann Sehr nice Liegt da noch Muni rum, damit ich nicht Kiste droppen muss Wir müssen jetzt aufpassen Ja, ich habe Ich bin vor Aufpassen, vielleicht kommen wir jetzt Von da Da wurde auf jeden Fall Jemand gekauft Aufpassen, vielleicht kommen da jetzt welche her Aufpassen, vielleicht kommen da jetzt welche her Aufpassen, vielleicht kommen da jetzt welche her Na, ich sehe keiner Da kommen wohl keiner, ne? Ne, scheint nicht so Sollen wir so langsam hier hin? Oder hier hin? Komm, wir können ja entlang hier laufen, oder? Und dann zum Shop Obwohl da ist gefährlich Ich werfe den Linken Ich werfe den Linken Fuck, wir sind wieder im Offen, ne? Aber sowas von Ist egal Jetzt gerade ist okay Hauptsache in den Häusern Hier guckt gleich keiner auf uns Oder aus dem Kasten da Aber sonst sind wir Eigentlich ganz Okay, da sind Schüsse Ja, ist okay Sollen sie machen Aufm UAV Geh rechts rum Hol mal die Kiste Hol mal die Kiste bitte Hol mal die Kiste bitte Und vielleicht reicht die Kohle für deinen Häusern Noch irgendwas Okay, Alter, haben die alle Links, Alter? Drop mal Geld, ich kann noch einen hier weg holen Perfekt Sollen wir da rein? Ja, perfekt Willst du nicht links gucken? Perfekt 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 Ja, Drohne ist nur da im Kreis Guck mal, da oben ist einer Sollen wir langsam in die Richtung? Können wir die Ich weiß nicht, ob ich aufs Dach soll, oder? Ne, hier Ja, komm Ne, hier bringt es Ne, bringt nicht Sollen wir da hoch? Weiß es nicht Ja, komm Ja, komm Komm, noch schaffen wir es Ja, die Ball ist da Lass mal hier direkt links kommen Ja, ja, will ich ja Guck mal, guck mal, guck mal hier Hast du jetzt die zweite schon reingeknallt? Ja, ja, ja Ja, ist besser Ja Ey, die können wir abfangen Die Boys Der muss hier gleich hochkommen, oder? Ja, irgendwo müssen sie hochkommen Oder die gehen da hinten rum Ich weiß es nicht Der ist hier auf jeden Fall Ja, wir könnten die jetzt von hier eigentlich Ja, die kommen zu uns Hier unten Hier unten? Ja Oben Ich hab von oben Schüsse gekriegt Ich hab von oben Schüsse gekriegt Wir müssen eh gleich runter Komm, lass mal unten rum Die ballern uns hier weg Siehste, die ballern uns weg Komm, 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 komm Rudi Weg da, weg da, weg da Kann ich jetzt riskieren Ja, ja Dicke Eier haben Ja, ja Hatte ich seit Jahren nicht mehr Bist du wieder Nein, Sniper guckt auf uns Da in dem Ja, ja, hab ich gedacht, komm mal mit schnell rein Lass uns rechts über den Hügel Lass uns rechts über den Hügel Dahinten sind welche Ja, ja, lass hier hin Warte, lass zusammen da um die Ecke Nicht alleine pushen Nicht alleine pushen Ja, ja Jeder, kein Ich würde auch dahin gehen, ehrlich gesagt Ja, ja, machen wir auch Machen wir auch Da sind sie Da sind sie Da ist einer Target, right here Shit Ich muss Amor reinmachen Kümmer dich mal kurz um sie Wenn es geht Gemacht Hier, wenn du brauchst, ich nehme andere mit Malik Trophy mit zu nehmen oder Todesstelle, was soll ich nehmen? Nimm mit, nimm mit, nimm mit Wozu jetzt? Todesstelle Warte Ja, hab ich Ja, hab ich Okay Warte mal, ich hab'n Airstrike jetzt vom Weg raus gehoben Gut, gut, gut Warte, wir können hier unten rum, ne? Wozu unten rum? Da schießen sie Da schießen sie Da kommen Schüsse Und da oben Und nach unten kommen sie Die kommen in diese Richtung Bist du links rum oder rechts rum? Da ist einer auf jeden Fall Da ist einer auf jeden Fall Wo die Zone? Links rum oder rechts rum? Musst du jetzt entscheiden, schnell Wir gehen hier rum, hier rum Bei dir Okay Da unten ist irgendwas explodiert Guck unten, ich pass' unten auf Ich mach'n Airstrike Ich hab'n hier aufm Radar Wo? Hier Ja, unten, unter der Klippe ist der wahrscheinlich Gehen wir da hin oder was machen wir? Der muss jetzt hoch Pass auf ihn auf Ich hab'n Airstrike da platziert Da ganz hinten Siehste? Nice, Team Wiped Hier hab' ich auf jeden Fall Den Dings Guck' ich drauf Da ist einer Aber das ist nur einer Das ist noch ein Zweierteam irgendwo Links oben muss noch einer sein Eigentlich Links oben einer Okay, ich gucke Ich guck' da hin Das Ding ist, die von da unten müssen jetzt hoch Und ich weiß nicht, ob die überhaupt hochkommen Irgendwo Ja, die müssen hier hochkommen Lass uns oben konzentrieren Okay Was noch im Airstrike? Ne Hier oben nichts Hier können Okay Okay Hast du gesehen? Lass runter Lass runter Lass runter Lass runter Da ist er unten Nice Okay Unten habe ich Was kurz reloaden Ruhig, ruhig, ruhig Ich bin ganz unten, ne Brody Okay, okay Ganz ruhig Guck mal hier Boom Easy peasy Easy peasy Yay 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 Ohne Witz Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl Ich hab noch nie eine Runde gewonnen Wo ich so durch den Bildschirm durchgepuckt hab Weißt du? Nach vier Stunden zocken Ja, ja Ist echt so, ey Check my stream guys Check my stream guys Check my stream guys Chichmann Gaming Chichmann Gaming